Einen wunderschönen Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Yesterday. Wir versuchen immer noch diesen Dings dort fertig zu kriegen. Den alten Busch, der vertrocknete draußen von den Türen. Die Frage ist, das Einzige, was graben kann, ist das Ding hier. Nach Monaten des Drängens hast du dir das Recht erworben, dieses Katana zu führen. Das heißt, ich darf es mir mitnehmen? Kann ich es jetzt rausnehmen, ohne getötet zu werden? Okay, dann probiere ich es jetzt mal gleich aus. Geht das? Du zerbrichst die Eisdecke um den toten Strauch mit dem Katana, entfernst die Erde und reißt ihn mit der Wurzel heraus. Okay, Moment, geht das hier auch? Mit dem Katana könntest du einen der Eiszapfen abschneiden. Aber er würde in den Abgrund stürzen. Okay, dann brauche ich den da. Multifunktionales. Das alte Seil hat einer scharfen Klinge nichts entgegenzusetzen. Okay, jetzt können wir das bestimmt auffangen hier. Mit dem Seil kannst du den Eimer unter einem der Eiszapfen platzieren, welchen du sorgfältig mit dem Katana abschneidest. So, das können wir dann schmelzen, dann hätten wir Wasser. Das heißt, äh... Du bringst die Samen aus, weißt aber, dass sie ohne weiteres Zutun lange zum Keimen brauchen werden. Mhm, deswegen holen wir jetzt Wasser. Okay, wenn man das Werkzeug hat, dann ist es ja auch recht schnell. Das haben wir ja schon ein paar Mal durchgespielt. Du stellst den Eimer in den Weihrauchbrenner und... Und? Nach kurzer Wartezeit löst sich der Eiszapfen auf. Jo, dann haben wir Wasser, das hoffentlich nicht gefriert, wenn wir das jetzt hier... auskippen. Gieß die Samen Tag für Tag. Woche für Woche. Bis schließlich... Du hast eindrucksvoll bewiesen, dass du die erforderliche Geduld, Schleue, Ausdauer und Ehrfurcht vor dem Leben besitzt, um die Beherrschung des unbekannten Sinnes zu erlernen. Vielen Dank, Meister. Hast du deine Aufgaben für heute erfüllt? Ja, Meister. Sehr gut. Denn heute wirst du mit Sicherheit nichts mehr tun können. Bereite dich vor. Vergiss, dass du Augen hast und öffne den Geist für den unbekannten Sinn. Bereite dich vor. Ich werde es sicher nie schaffen. Du sollst niemals nie sagen. Übe dich in Geduld. Ja. Diesmal ging es immerhin schon etwas besser. Etwas. Bereite dich vor. Lasse Kettensäge. Mutter. Ah, iss dich, Mutter. Henry. John. Lass sie los. Nein. Zuerst mach mich unsterblich. Niemals. Und was ist mit ihr? Na? Nein! Du hast 20 Minuten, um diesen Trank zuzubereiten. Höchstens eine halbe Stunde. Deine Mutter hat alles mitgebracht, was ein guter Alchemist dafür so braucht. Nicht wahr, Frau Doktor? Quäcksilberfell. Hm. 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 Kennst du den noch, John? Den hab ich aus Brattis Lover. Wer weiß, wer dorthin kam. Der Dächer eines Zimmermanns hätte es auch getan. John. Ich. Quäcksilberfell. Also, John, erzähl mal. Hast du Napoleon, Nostradamus, Marilyn Monroe und Hitler kennengelernt? Darauf einsteigen, herausfordern. Hast du etwa vergessen, dass ich dich töten kann, aber du mich nicht? Na klar kann ich das, John. Und das allerbeste ist, wenn ich dich töte, kommst du als mein Freund zurück. Eine einzige Kugel. Und wir versöhnen uns wieder. Da geht dir plötzlich ein Licht auf. Henry. Cooper. Deine falsche Mutter. Mrs. Yesterday. Wieso hast du vorgegeben, meine Mutter zu sein? John. Henry zwang mich dazu. Er bedrohte mich. Er erfand diese ganze Geschichte, damit du mit den Nachforschungen beginnst. Hm. Ist klar. Wer bist du wirklich? Wie ich dir gesagt habe. Elaine Yesterday. Ist es wahr, was du erzählt hast über meinen, deinen Mann? Fast alles. Frank war mein Doktorvater und ich verliebte mich in ihn. Er starb vor drei Jahren mit 84 friedlich in seinem Bett und nicht in der Cadway Station, wie ich dir erzählt habe. Henry hat diese Geschichte erfunden und mich gezwungen, sie dir zu erzählen. Bist du tatsächlich eine Expertin für satanische Sekten aus dem Mittelalter? Alle Bücher und Artikel, die du gelesen hast, stammen tatsächlich von Frank und mir. Wie bist du in die Sache geraten? Henry engagierte mich vor zwei Jahren und gab mir nur einen einzigen Hinweis. Das Symbol Y. Ich überprüfte den Zusammenhang mit dem Orden des Fleisches und dessen Foltermethoden. Aber das war schon alles. Vor einigen Monaten engagierte mich Henry erneut, aber diesmal mit einer Pistole im Anschlag. Ich sollte vorgeben, deine Mutter zu sein. Ich spielte deine Mutter bis zu deinem angeblichen Selbstmord in Paris. Und als du zurückkehrtest, tat ich es noch einmal, als wäre nichts gewesen. So, 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 so. Was versprichst du dir davon? Am Leben zu bleiben. Wenn Pauline wieder aufersteht, trinken wir alle aus diesem Kelch. Du kennst Henry. Glaubst du wirklich, dass er dich davon trinken lässt? Ja. Äh. Nicht wahr, Henry? Es stimmt, Elaine. Du kennst mich und weißt, dass ich nicht geizig bin. Ich bin der amerikanische Millionär, der am meisten Geld und Zeit für die Wohlfahrt opfert. Ja, als Opfer. Das Unternehmen White überlässt alle seine Patente einer gewissen NGO, die sie für das Allgemeinwohl einsetzt. Ich habe im ganzen Land Krankenhäuser gebaut, Schulen, soziale Einrichtungen. Du kennst mich. Du weißt, dass ich alles tue, um zu bekommen, was ich will. Aber du weißt auch, dass ich, sobald ich es habe, es auch teile. Elaine, sei versichert, sobald ich unsterblich bin, wirst auch du es sein. Äh, ich bezweifle es. Wie lange hast du mich in dem Raum gefoltert? Seit dem Tag, als wir dich dort hinbrachten, sind zwei Jahre vergangen. Aber ich habe den ersten Monat verpasst. Wegen dir. Diese Narbe. Tut sie weh? Hoffentlich. Wobei es anfängt zu regnen. Die von Henry angehörten Ärzte waren die besten. In anderen Händen wäre ich gestorben. Tja, schade. Hat es dir Spaß gemacht, mich zu foltern? Ja. Ich fühlte mich gut dabei. Mächtig. Gefährlich. Befriedigt. Rache schmeckt süß. Hast du dich niemals schuldig gefühlt? Eines Tages. Im ersten Jahr. Wurdest du bewusstlos, nachdem ich dir mit dem Schläger ein paar Rippen gebrochen hatte. Du bist aufgewacht und hast gefragt. Weißt du, wie du heißt? Ich sagte dir wortwörtlich, ich heiße Samuel. Samuel Cooper. Du hast nur geantwortet. Du hast Glück, Samuel. Es dauerte einige Wochen, bis ich dich wieder foltern konnte. Was glaubst du, wird Henry tun, wenn der Trank funktioniert? Wird er dich trinken lassen? Henry ist mein bester Freund. Und ja, stimmt's, Henry? Ich bin dein einziger Freund, Cooper. Der Einzige. Aber weißt du was? Du bist auch der Einzige, den ich habe. Mein Leben begann zur gleichen Zeit wie deines. In der Universität. An dem Tag, als wir zusammen Ralph Martinsen ermordeten. Niemand hat kapiert, wieso wir uns so gut verstanden haben. Der strebsame Erbe und der arme Spock. Der Knüppelknabe. Aber das, was uns verbannt und noch immer verbindet, das hat sonst niemand. Wir sind was Besonderes, Cooper. Du und ich. Wie hätte ich ohne dich der Unsterblichkeit die Stirn bieten können, Cooper? Wie viele Menschen hast du ermordet? Nicht viele. Um die 50. Vielleicht auch 100. Dich eingerechnet. Wieso hast du Paulines Vater umgebracht? Er wollte nicht kooperieren. Wie bist du an Petit geraten? Durch deinen Freund Boris. In der Catway Station. Er sagt, er habe in Paris, Berlin und Moskau gelebt. Mist. Schau. Da ist Wachs von den Kerzen auf den Kuchen getropft. Ich habe die Bibliotheken all dieser Städte überwacht. Wenn sich jemand ein Buch auslieh über Sekten, Satanismus, Alchemie, die Bedeutung bestimmter Buchstaben, die Inquisition, Folter, erfuhr ich es. Das Gute an Petit war sein unstillbarer Wissensdurst. Pauline hat mir erzählt, dass ihr Vater... Er verbrachte den Tag mit einem amerikanischen Sammler. Sie schlossen ein großes Geschäft ab. Es sollte uns viel Geld einbringen. Wir wollten den Laden renovieren, auf Reisen gehen. Als ich am nächsten Morgen aufwachte, hatte er sich... ...erhängt. Was ist wirklich passiert, Henry? Um sein Vertrauen zu gewinnen, sagte ich ihm, dass ich die Erstkaufoption auf alle Antiquitäten haben wollte, die er findet. Aber als ich versuchte, Informationen über den Orden des Fleisches aus ihm heraus zu bekommen, sagte er, er habe seine Nachforschung vor Jahren aufgegeben, ohne etwas gefunden zu haben. Also hatte ich keine Verwendung mehr für ihn. Und er wusste zu viel über mich, sodass ich ihn umbringen ließ. Was hat er dir über seinen Kontakt zu Choke erzählt? Zu dir, meinst du wohl eher. Du warst es, der ihn auf die Spur des Ordens brachte. Bestimmt durch irgendeine verborgene Erinnerung, die dich plötzlich überkam. Aber deine eigenen Erinnerungen machten dich wahnsinnig. Unberechenbar, egozentrisch, gewalttätig. Ich ließ dich glauben, dass du zur Zeit der Inquisition lebtest. Und dass seine Tochter eine Hexe war. Ja, John. Du hast versucht, deine geliebte Pauline zu töten. Wie gefällt es dir zu wissen, dass wir gar nicht so verschieden sind? Was hast du mit mir gemacht, Henry? Von allem etwas. Was genau willst du hören? Anfangs hast du ausschließlich Obdachlose angezündet. Wieso hast du begonnen, sie mit den Foltermethoden des Ordens zu traktieren? Wegen dir, John. Als Frau Dr. Yesterday deine Narbe mit dem Orden in Verbindung brachte und ich dessen Foltermethoden entdeckte, dachte ich fälschlicherweise, dass in ihnen das Geheimnis der Unsterblichkeit ruhe. Du hast mich zu dem gemacht, der ich bin, John. Herzlichen Dank. Na toll. Was war seit dem Tag, als Boris aus der Fabrikhalle geflohen ist und du mich hinterrücks ermordet hast? Das war die beste Zeit meines Lebens. Stell dir ein Kind mit einem Kuchen vor, der niemals alle isst. Oder ein Perversen mit einem Mädchen, das ständig die Beine breit macht. Oder einen Psychopathen mit einem Opfer, das man immer und immer wieder töten kann. Aber irgendwann war ich's leid. Ich wollte sein wie du und begann nachzuforschen. Wie kamst du darauf, mich mit der Suche nach dem Orden des Fleisches zu beauftragen? Wegen deiner Erinnerung. Ich bemerkte, dass du dich manchmal an Dinge aus deinem früheren Leben erinnerst. Ich genoss es zum Beispiel, dich mit elektrischem Strom zu töten. Ab und zu hast du dich an solche Tode erinnert. Als Frau Dr. Yesterday keine Fortschritte mehr machte und Petit sich weigerte, mir zu helfen, dachte ich mir, dass deine Fähigkeit, dich an deine eigene Vergangenheit zu erinnern, die beste Methode wäre, sie zu rekonstruieren. Und so war es dann auch. Marcel hat es versaut, indem er mir Quecksilber zu trinken gab. Das hat meine Fähigkeit, mich zu erinnern, gestärkt. Im Gegenteil. Wäre das nicht passiert, wären wir heute sicher nicht hier. Marcel war ein echter Profi und ein guter Freund. Aber ich mache dir keine Vorwürfe, dass ihr ihn umgebracht habt. Du und deine Freundin. Andernfalls hätte ich ihn sicherlich erledigt. Du hast Cooper und Elaine versprochen, die Unsterblichkeit mit ihnen zu teilen. Und so ist es auch. Gerne würde ich sie an das erinnern, was du vorher gesagt hast. Ich hatte keine Verwendung mehr für ihn. Und er wusste zu viel über mich, sodass ich ihn umbringen ließ. Welche Verwendung hast du noch für Elaine, wenn du unsterblich bist? Marcel war ein echter Profi und ein guter Freund. Aber ich mache dir keine Vorwürfe, dass ihr ihn umgebracht habt. Du und deine Freundin. Andernfalls hätte ich ihn sicherlich erledigt. Wenn du das mit all deinen Freunden machst, was soll da Cooper denken? Henry. Cooper? What? Mein Gott, John. Was haben sie dir getan? Zu guter Letzt, nur noch du und ich. Und deine Freundin. Hast du sie so schnell vergessen? Wird sie sich erinnern? Verdammter Bastard! Oh, oh, oh. Du wirst für all das bezahlen, Henry. Droh mir nicht, John. Eine einzige Kugel. Und du bist wieder mein Sklave. Was fühlst du? Jetzt, da du unsterblich bist. Frieden. Ruhe. Ich will... Ich will einen Schlussstrich unter das Ganze ziehen. Mhm. Die Katze lässt das Mausen nicht, heißt das. Nicht umsonst. Na, wie viele Kugeln hast du noch übrig? Verarsch mich nicht, John. Ähm. Welche der drei Hauptfiguren dieser Geschichte wird das Gleichgewicht aus den Angeln heben? Ähm. Ja. Hoffentlich. Samuel Cooper. Der junge Pfadfinder. Der grausame Folterknecht. Nein! Freundschaft und Schuss. Du hast mich erschossen. Komm schon, Cooper. Du weißt, ich habe nicht geschossen, um zu töten. Ich bin ein guter Schütze. Du sollst leben, Cooper. Mit mir und für immer. Ähm. Wir sind schon so lange Freunde, Henry. Wie wahr. Und wir bleiben es weiterhin. Wir finden noch eine andere Münze und brauchen mehr von dem Elixier. Wir leben weiter. Henry, wenn mir jemand beigebracht hat, wie viel das Leben wert ist, dann du. Ganz recht. Hol mich hier raus und sag mir, wie viel es wert ist. Was ist mit der Kugel? Ich hab das hier überlebt. Was machen wir jetzt? Das werden wir schon sehen. Wir haben doch Zeit. Da ist was kaputt gerade. Das ist so. Küsschen. Tja. Tja, das war yesterday von den Penelos Studios. Ähm. An eigenem Stellen ein bisschen äh... Sagen wir mal, wenig Input auf das, was man machen könnte. Die Steuerung war ein bisschen umständlich. Ja, sie ist eher auf ähm, äh, touchbediente Geschichten optimiert gewesen. Wahrscheinlich ist das auch der Grund. Ähm. Ähm. Weil man, ne, die Hotspots suche und so weiter, hätte man auch anders klären können. Ähm. Aber, die Geschichte an sich, jetzt bis zum Hinten, zum Schluss hinein, die fand ich wirklich sehr gut. Ähm. Äh, vor allem hat sie sich ja nahtlos ein, ja, äh, breit gemacht. Also, es hat insofern gestimmt. Die, die, ähm, die ganzen Stränge haben gestimmt. Ich fand auch, wenn es auch manchmal ein bisschen verwirrend war, die Zeitsprünge, also die Gedankensprünge, die Erinnerungssprünge, fand ich sehr interessant. Ähm. Und, ja, es ist sehr, sehr interessante und fantastische, natürlich auch satanistische Geschichte. Ähm. die wunderbar in so eine reale Welt eingebettet wurde. Ja. Wenngleich ich noch nicht verstanden habe, warum er so, so durchgedreht war. Ähm. Oh, Krumpholz. Okay, den kenne ich den Namen. Ähm. Wieso er als, als Shoke so, so durchgedreht war. Vermutlich enthalten halt wegen dem Vergessen. Die Frage ist, ob er jetzt immer wieder vergisst oder, äh, wie das jetzt zustande kommt. Seine Freundin jetzt ist jedenfalls, ja, auch unsterblich. Und, ähm, ja, Henry, ich glaube, die Geschichte um Henry ist noch nicht abschließend, ähm, geklärt. Denn er ist ja nur jetzt dort unten gefangen. Yeah. Ja, er ist jetzt in, boah, ist das ein Krach. Hahaha. Ähm, er ist jetzt nur unten in, 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 in der alten, in, in der alten Kirche, in den Katakommen der Kirche, ist er ja nur noch gefangen. Er stirbt ja nicht. Das heißt, selbst, äh, wenn er vor Hunger stirbt oder sonstiges, ist, was ja auch, ähm, ähm, äh, schon passiert ist bei, bei, bei Choke, ne? Selbst da ist er ja wieder auferstanden. Insofern glaube ich im Teil, dass die Geschichte noch nicht erledigt ist. Es gibt einen zweiten Teil, ähm, Yesterday Origins. Ich denke mal, der wird hier nachkommen. Also, zumindest werde ich ihn danach spielen, weil, äh, dort einige, äh, Parallelen und zeitliche Parallelen mit aufgearbeitet werden von diesem, ich nenne es aber einfach, Universum. Ich finde es, äh, sehr gut. Jetzt haben wir es, äh, siehst du. Er verletzt sich selber. Das wird sicher ein Riesenspaß. Boah, ist der Irre. Das war, das war am Anfang gar nicht so, so, ähm, nachvollziehbar. Ich glaube, in der dritten Folge oder so, äh, als sie, ähm, Choke und, äh, den, 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 den Dings, ja, überwältigt hatten, äh, da war es so spürbar, dass mit den beiden, was nicht stimmt, ne? Ähm, aber vorher war das eigentlich relativ humaren, fand ich. Ähm, ja, wie gesagt, schade, dass, äh, äh, einige der Szenen nicht vernünftig, äh, gelaufen sind. Ähm, ich vermute mal ganz stark, das liegt an der deutschen manuellen Übersetzung, die ich da eingespielt habe. Ähm, wenn man das im Original kauft, ich glaube, das gibt es ganz normal zu kaufen noch. So alt ist es ja nicht. Ähm, wie auf Steam, auf Steam ist es nur englischsprachig, nicht mal mit deutschen Untertiteln, das ist wirklich nur rein englisch. Ähm, ähm, sollte das dann aber kein Problem sein. Das Spiel gibt es definitiv in Deutsch, da heißt auch, äh, 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 von John, äh, Yesterday oder der Fall John Yesterday und, äh, ich denke mal, da gibt's die Probleme nicht. Das ist halt so ein zusammengewürfelter Haufen. Äh, an sich hat das Spiel sehr viel Spaß gemacht. Es ist jetzt nicht so der, der absolute Überflieger, also von der Steuerung. Die Steuerung war eigentlich eher das Hauptproblem. Ähm, und ab und zu fehlende Hinweise, die einfach durch Trial and Error, äh, äh, das, äh, das Skytale, oder, äh, äh, dieses Ding, ähm, ähm, da hätte man vielleicht irgendwo eine Erklärung finden müssen. Ein Stück Papier oder so, wo Verschlüsselungstechniken aufgelistet worden sind. Und da hätte man gesehen, oh, Moment, das ist ja sechseckig, da mach ich doch mal eine Skütale daraus. Und warum sollte gerade das Bändchen von dem Buch das gewesen sein? Das war alles purer, purer Zufall und nur mit Hilfe von der, äh, der, der Hilfe von der, äh, der Glühlampe machbar herauszufinden. Da hätte ich mir noch ein paar, ja, Informationsbröckchen irgendwo gewünscht, um das herauszufinden. Ähm, ähm, von der Seite dessen ist ein gutes Spiel, ein sehr solides, gutes Spiel. Es ist kein sehr gutes Spiel, aber ein gutes Spiel und es lohnt sich definitiv in der Sammlung zu haben. Ja, sind wir am Schluss, ne? Vielen, 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 vielen Dank fürs Zusehen bei diesem, ja, Spiel und wir sehen uns, sofern ihr wollt, mögt, in einem anderen Projekt wieder, in einem anderen Video auf meinem Kanal, vielleicht, äh, ab und zu stream ich ja, vielleicht sieht man sich dort. Würde mich freuen. Bis dahin, euer Firefox.